Was ist eine Statusprüfung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine Statusprüfung ist ein gesetzliches Verfahren zur Feststellung, ob ein Bürger in Deutschland mit seiner Erwerbstätigkeit entweder in die Versicherungspflicht, in alle Systeme der Sozialversicherung hineinfällt, oder aber er als Selbstständiger oder Freiberufler versicherungsfrei ist. Die Feststellung dieser Einordnung erfolgt im Regelfall durch die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung. Anknüpfungspunkt für die Feststellung ist die Art und Weise der Ausübung der Tätigkeit des Bürgers. Ist jemand weisungsabhängig, zum Beispiel für einen Arbeitgeber beschäftigt, dann wird er als Beschäftigter in der Regel versicherungspflichtig in allen Bereichen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob er für seine Tätigkeit ein Gehalt oder Lohn bekommt. Das ist nicht der Anknüpfungspunkt, es ist nur ein Indiz. Ist jemand auf eigene wirtschaftliche Rechnung, in eigener Regie, ohne Weisungsabhängigkeit, für sich selbst beruflich tätig, ist er in der Regel versicherungsfrei. Es gibt Ausnahmen für versicherungspflichtige Selbstständige in der Deutschen Rentenversicherung. Das wollen wir heute nicht besprechen. Es gibt die Statusprüfung, es gibt die Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung und das obligatorische Statusverfahren und das optionale Anfrageverfahren. Oft führt die Statusprüfung, die in Unternehmen durchgeführt werden, zu erheblichen Beitragsforderungen durch die gesetzliche Rentenversicherung. Deshalb empfiehlt es sich, für Sie in einem solchen Verfahren sich optimal vorzubereiten. Näheres zum Thema Statusverfahren, Statusprüfung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.